Herzlich Willkommen zurück zu Kingdom Hearts 1! Ich habe noch ein bisschen gelevelt, wie man das vielleicht sieht. Und zwar bin ich jetzt nämlich Level 64. Irgendwie glaube ich, dass ich doch ein bisschen überlevelt bin. Wann auf jeden Fall Kevin. Weil ich finde es lustig, wie Goofy und ich einmal beide Lebenspunkte 75 haben und Donald 57. Ich habe auch schon alles vorbereitet, denn ich weiß nicht... Ich habe ein bisschen Angst. Hä? Was ist denn? Hörst du das nicht? Da! Sei vorsichtig. Dies ist der letzte sichere Ruheort. Danach will ich kein Licht mehr schützen. Aber keine Angst, dein Herz ist die mächtigste Waffe, die es gibt. Vergiss nicht, du bist es, der die Tür zum Licht öffnen wird. Ich höre nichts. Seltsam, die Stimme kam mir bekannt vor. Aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. Vielleicht solltest du dich ein wenig ausruhen. Ne. Ne. Wir gehen da jetzt durch. Wir machen das alles fertig. Wir bringen das alles hinter uns. Wir sind soweit gekommen, wir machen das jetzt auch fertig. Ja. 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 Okay, das ist seine Insel. Die käme natürlich noch ganz gut. Ähm, wo müssen wir jetzt hin? Lass mich kurz überlegen. War hier nicht mal Wasser? Was? Wo müssen wir hier sein. Was? Was war hier nicht? War hier nicht. Was war hier? War hier nicht? War hier nicht. Geht. Was war das? Wir sind alle in der凍he... Wer weiß nichts, kann nichts verstehen. Das ist ein kleines Ort. Riku! 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 Ok! Unser Kampf? Ok! Einfach angreifen denke ich mal, ne! Okay, ich bin gerade mega aufgeregt, gegen ihn zu kämpfen. Ich weiß auch nicht... Nein, du gehst weg. Geh weg. Ich möchte nicht, dass du ihn rettest. Er muss Schaden bekommen, denn er ist anscheinend irgendwie zu cool für das Licht. Wahrscheinlich denkt er sich wirklich nur so, ne? Warte. Er denkt sich vielleicht wirklich nur so, ah, Licht, ja, ich bin zu cool dafür. Ich möchte lieber zur Dunkelheit. Deswegen denke ich, oh, Dunkelheit, ja. Ich bin so cool. Oh, dein Begleiter ist echt behindert. Der nervt mich gerade richtig. Der nervt mich ja richtig. Okay, warte. Pass auf. Nein. Falsche Taste. Falsche Taste. Ich habe auf jeden Fall... Oh, pass auf. Du sollst ihn doch anvisieren. Nein, 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 nein. Was soll ich tun? Oh Gott. Kannst du mal aufhören, irgendwie Sachen zu machen? Ich weiß nicht, was er macht. Ein bisschen überfordert mir den ganzen Scheiß, aber einfach angeheifen, denke ich mal. Ich habe nämlich keine Ahnung. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich weiß auch nicht. So bin ich halt. Und jetzt muss ich mich auch noch konzentrieren, zu kämpfen und zu sprechen. Das ist auch richtig schwierig. Bitte mich nicht greifen. Danke. Sura, einfach hingehen. Einfach hingehen zu ihm. Trau dich. Einfach angreifen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Okay, pass auf. Pass auf. Oh Gott. Ich brauche irgendwie ein bisschen Mana. Dankeschön. Das hat man endlich gehört. Was macht er denn jetzt? Auf jeden Fall werden wir ihn fast besiegt, aber das denke ich mal nicht, dass es der Endboss da ganz genau ist, weil es wäre ein bisschen zu leicht. Weil ich habe ja von Kingdom H2 gelernt, dass die Endboss... Alter. Ganz ruhig. Dass die... Alter. Nein. Lass mich in Ruhe. Dass die... Ich komme nicht zum Reden. Ich brauche ein bisschen Warte. Hallo. Jetzt greife ihn bitte mal an. Nein. Ach, dein Begleiter regt mich nicht so doll auf, ne? Dass wir ein bisschen heilen. Danke. Doppelt geheilt. Ach, warte. Ich brauche... Ah, was ich brauche? Das. Danke, dass du mich heilst. Das ist sehr süß von dir. Kann ich mich jetzt mal wieder ein bisschen schlagen? Das regt mich gerade auf, dass ich mich richtig anlaufen kann. Ich möchte ihn auch noch ein bisschen besiegen. Ach, komm schon. Stirb. Alter, der ist so gemein zu mir. Stirb doch einfach. Ich komme nicht zu ihm hin. Ist das in deinem Ernst? Dankeschön. Meine Güte. Mindestens ein Level abbekommen. Das ist super. Ich bin ein Level abbekommen. 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 Ey, die Insel geht ja kaputt. So richtig dolle. Hört doch mal auf, das ist eine völlig schöne Insel gewesen. Was macht ihr? Ihr macht die kaputt. Äh, müssen sie wahrscheinlich einfach da hingehen. Gibt es irgendwas zu speichern? Okay. Ah, okay. 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 Was macht er denn da? Guckst du, wie es irgendwie voll süß ist. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie ich gegen ihn kämpfen soll. Einfach raus da oder? Das Problem ist, dass er jetzt immer auf mich angreifen muss. Keine Ahnung, was er da macht. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, ich muss mich gleich ganz schnell heilen. Oh Gott. Was machst du da? Hast du das? Pass auf, was du tust. Ich möchte dich ehrlich gesagt... Okay. Ach, der ist das. Vom Anfang. Ach ja, stimmt ja. Den habe ich gerade jetzt vergessen. Pass auf, was tut dir weh. Danke. Danke. Ich habe mich fast vergessen, dass ich den ja auch noch gebe. Da, von dem, glaube ich, gegen den haben wir gleich ganz am Anfang gekämpft, glaube ich. Wenn ich mich gerade recht erinnere. Können wir irgendwie sterben. Ach ja, komm. Keine Ahnung, was du jetzt machst, aber komm. Stirb. Stirb einfach. Einfach die Hand angreifen, das wird schon. Einfach angreifen. Dankeschön. Maximum AP. Yay, Level up. Das ist schön. War einfach, als ich dachte. Ich dachte, das wird schwieriger. Also gegen den meine ich jetzt so kämpft nicht allgemein. Und natürlich nochmal gegen den. War ja klar. Ach du Scheiße. Komm. Wieso muss ich den jetzt allein gegen den kämpfen? Ich möchte nicht allein gegen den kämpfen. Ich möchte das wirklich nicht. Ich weiß ja nicht, was der jetzt macht, aber ich gehe einfach rauf. Ach komm. Okay, warte, was? Was? Ach, das wollte ich nicht machen. Was macht er da? Heil dich. Oh Gott. Nein, nein. Ich möchte nicht mein Herz öffnen. Mein Herz ist super, so wie es gerade ist. Das verkacke ich jetzt richtig. Fett mit euch. Weil ich nicht weiß, wie ich kämpfen soll. Pass auf. Pass auf. Wir machen mal so. Und dann halt noch mal. Und dann gehen wir auf ihn rauf. Nein, 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 nein. Lässt das schön sein, ne? Und nochmal schön angreifen. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Das ist so schrecklich, aufgeregt zu sein, wenn man so kämpft. Ach komm, geh doch weg. Einfach rauf da. Was macht er? Oh Gott. Oh, ausweichen. Okay, ausweichen, ausweichen. Okay. Okay, gut zu wissen, dass ich ausweichen muss. Das ist sehr gut zu wissen. Hörst du mal auf damit? Das ist nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Warum macht er das immer? Ich mach überhaupt nichts. Nein, nein, nein. Nein. Hör auf damit. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Hör auf. Oh, komm schon. Ich schaff's nicht, ihn anzugreifen. Das ist mein Ernst. Und heilen. Oh Gott. Ich bin so ein bisschen über... So ein bisschen aufgeregt. Warte mal, geh weg. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt gerade spreche oder nicht. Ich werde wahrscheinlich die meiste Zeit nicht sprechen, einfach weil ich zu aufgeregt bin. Okay, warte, pass auf. Nein, ich möchte nicht mein Herz aufnehmen. Danke. Mega pushen wollte ich jetzt auch nicht benutzen, sondern andere eher gesagt. Nein, nein. Okay, danke. Hör doch auf, mich anzugreifen, Mann. Nein. Ich weiß nicht, was ich tue. Oh Gott. Okay, pass auf. Okay, pass auf. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Gut, schluss, gut. Wir kriegen das hin. Keine Sorge. Hör doch mal auf damit, Mann. Ins Ero. Und dann ihn einfach mal angreifen. Nein, 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 nein. Ich möchte dich einfach angreifen, bitte. Lass dich mal einfach... ... was aufheilen. Und dann ausweichen. Und dann wieder angreifen. ... was aufheilen. Ach, Mann. Oh, Mann. Einfach, einfach auf. Nein, 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 nein. Pass auf. Tut mir wieder weh. Heilen. Nein, nein, nein. Pass auf, heilen. Heil dich. Heile dich. Oh, danke. Einfach angreifen. Ach, Mann. Fuck you. Fuck you, mio. Angreifen. Nein. Ach, ich kann mich dazu... Ach. Und sie was aufheilen. Nein, wieder auch nachher hin. Ich bin überfordert. Ich bin so mega überfordert. Oh, Gott. Ich bin einfach so aufgeregt, ehrlich gesagt. Nein, fuck. Fuck, 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 fuck. Hör auf. Okay. Und kurz heilen. Pass, warte, pass auf. Danke. Und kurz heilen. Nein, angreifen. Nein, 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 nein. Fuck. Okay, heilen. Pass auf. Nicht so... Ach, nein, nein, nein. Hör auf, hör auf. Oh, Gott. Wir haben es gleich. Oh, Mann. Ich möchte speichern. Ich möchte hier gar nicht... Ich will ihn nicht mehr angreifen. Alter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Mein Herz schlägt schnell, übrigens. Oh, mein Gott. Mein Herz schlägt schnell, übrigens. Within it lies the heart of all worlds. Kingdom Hearts. Look as hard as you are able, you'll not find even the smallest glimmer of light. From those dark depths are all hearts born, even yours. Die Schmutzung verletzt die Welt! Oh, what the fuck ist denn jetzt bitte das da? Muss ich alleine gegen ihn kämpfen? Oh Gott, was ist denn das? Was ist das? Ich kann in der Luft und Wasser nicht so kämpfen, ich kann das nicht. Ich kriege ihn nicht mal... Ach, da ist er, hat ihn gefunden. Okay, komm, wir machen jetzt ein paar Spielchen. Oh Gott, ein paar Spielchen, wie das klingt. Das heißt, ich greife dich an. Verstehst du, ne? Genau, ich greife dich an und dann halte ich mich ganz kurz. Halte ganz kurz halte. Dann greife ich mich weiter an. Ich finde, das ist eigentlich ein gutes Spiel. Mag ich gerne. Werde ich auch weiter... Weiter... Oh, weiterspielen. Okay, warte. Keine Ahnung, was ich gerade mache. Eigentlich müsste ich die ganze Zeit weiter angreifen. Nein, 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 tu nichts. Tu es nicht. Du bist ein guter Junge. Bitte. Warum muss ich jetzt alleine gegen ihn kämpfen? Ich finde das nicht... Ich finde das echt nicht fair. Ist das sowas von nicht fair? Das ist mega nicht fair. Okay, pass auf. Nochmal heilen. Und dann machen wir das da. Dann brauchen wir einmal Final Elts hier. Wenn man was macht, weiß ich nicht. Ah, okay, cool. Müssen wir einmal kurz runter zu ihm gehen? Nein, 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 nein. Warum macht er das? Warum macht er das? Ich mag das nicht. Oh Gott. Können wir bitte damit aufhören? Ich versuche jetzt mal irgendwie zu ihm hinzukommen. Nein. Nicht, als wäre das die ganze Zeit gekommen. Ja. Okay, okay, ich habe es verstanden. Ich gehe schon weg. Äh, wie soll ich ihn denn dann angreifen? I don't understand this. I don't understand. I don't know how this will funktionieren. Ja, okay. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Muss ich irgendwie näher zu ihm hingehen oder so? Das macht er was Böses. Okay, ich verstehe es. Ja, Entschuldigung, Mann. Ich greife dich kurz weiter an. Moment bitte, mich wundern, warum ich mich angreife. Ah, es können auch die ganze Zeit diese Phase, dass sie mich angreifen. Okay, ich verstehe es, glaube ich. Lass mich bitte in Ruhe. Okay. Heilen. Dann kommen wir ja den Nächsten, die mich angreifen. Okay. Gehe ich kurz zu ihm. Nein. Lass mich in Ruhe. Sonst muss ich ein bisschen ausweichen, während ich gegen ihn kämpfe. Okay, warte. Ich gehe kurz mal nach oben und heile mich. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu ihm so ehrlich gesagt. Da habe ich mich getroffen, der Penner. Ähm, okay. Ich bin reingelaufen, mein Schuld. Ja, ist doch... Mann, I don't know, was ich zu tun haben tun soll. Okay, ganz ruhig. Warte, ich heile mich. Tut mir leid, ich wollte mich nur heilen. Ganz ruhig. Chillt. Ich möchte ihn nur ganz ver... Ah, ich möchte ihn nur... Na, ich möchte wieder weggehen. Okay. Ja, Mann, ich verstehe es doch. Was ich jetzt gemacht habe? Ah, okay. Cool. Ja, okay. Ich möchte ihn trotzdem gerne weiter angreifen, wenn ich es darf. Ja, darf ich nicht. Okay, ich greife ihn jetzt trotzdem an. Ja, ist doch alles gut, Mann. Hätte ich gesagt. Keine Ahnung, wie ich das die ganze Zeit... Okay, ganz gut. Und jetzt gehe ich weg. Jetzt gehe ich weg. Okay, okay. Ich habe es verstanden. Und jetzt mache ich noch kurz so. Dann muss ich mich gleich heilen. Wartet. Und ich werde getroffen. Nee, doch nicht. Und ich kann mich nur noch kurz heilen. Ach, ist das ein dritter Kampf. Und einfach ehrlich gesagt so gerade überfordert. Ich bin jetzt auch besiegen. Okay, danke, dass ich das irgendwie geschafft habe. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft, ich bin noch angreifenfähig. Okay. Okay. Gut zu wissen. Ach, nee. Da kämpft man auch noch mal nicht vorbei. Ups. Ach, Gottchen. Okay, jetzt muss ich also ganz allein gegen die hier kämpfen. Okay. Okay. Gegen die Dunkelheit im Herzen oder was auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Aber gut zu wissen. Oh, kann man ganz viel leben für mich. Ja, sehr schön. Das ist super. Komm, tötet. Äh, tötet euch. Genau, ich töte euch jetzt. Ihr seid nicht mich töten, sondern euch gegenseitig töten. Das finde ich gut. Genau. So, du wirst sterben. Ich bin übrigens froh, dass ich so viel gelevelt habe, weil ich irgendwie bin ich nicht so gut in dem Spielsmeer aufgefallen. Aber ist auch egal. Und vielleicht merkt ihr meine Nerven. Nerven wird die gitt. Aber ich weiß gar nicht wirklich, wie viel ich jetzt immer so gelabert habe. Das heißt... Oh. Lichter kommen. Lichter kommen. Ich werde die ganzen Lichter... Und greife ich die Lichter an. Lichter sind doch gut. Ach, ich dachte, ich bin gestorben. Okay. Und es geht weiter? Nein. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Sind alle noch so... Ich werde euch töten. Ich werde euch töten. Ja, ich weiß nicht, wenn ich töten soll, deswegen töte ich jetzt einfach mal euch. Vielleicht ist es ja... Oh. Okay. Oh, fuck you. Ich mag diesen Kampf nicht. Der ist mir echt zu blöd. Muss ich die denn angreifen? Ich weiß es nicht, ob es meine Gegner hier sind. Ich weiß es echt nicht. Ich töte die jetzt einfach nicht. Ich meine die greifen nicht an. Also töte ich die jetzt. Ganz ruhig. Bin ich gerade gefallen? Okay. Ja, bin ich. Ähm. So. Und heilen wir auch gut. Und dann greife ich die da oben mal an. Und mich immer so unbedingt töten wollen. Weil ich das doch überhaupt nicht nett finde, dass die das machen. Ach, ich muss ihn angreifen. Okay. Schon gut. Hab ihn gefunden. Den bösen Gegner. Ach nee, ich muss wahrscheinlich doch... Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich werde euch töten. Ja, ich werde euch töten. Das wäre ja die bösen, die ich vorher töten muss. Ich weiß es nicht. Äh. Ja. Okay, jetzt kann ich ihn wahrscheinlich von vorne angreifen. Wenn ich's denn möchte. Aber anscheinend möchte Sora das nicht. Wo bin ich? Ja, das ist ein gutes Frage. Wo bin ich? Oh Gott. Was ist er? Oh, was hab ich getan? Äh, Item. Scheiße, ich hab keine... Ach, egal. Äh. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier tun soll. Schattendimension? Ich möchte in die Schattendimension. Aber wie? Ach, hier unten. Warte. Wie? Was? Was mach ich? Danke. Meine Güte. Entschuldigung. Ich war überfordert. Ja. Goofy ist da. Goofy. Böse Augen, die ihn angucken. Ja. 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 Goofy. Bitte, ihr müsst leben. Bitte, kommt mit raus. Bitte. Ihr werdet alle sterben. Oh, was sind die? Ach so. Das ist doch gleich, Mensch. Geht jetzt alle auf die Schnauze. Anders habe ich meine ganzen Sachen hier ein. Oh ja. Oh Gott. Oh Gott. So. Ey, komm schon. Du musst auch noch sterben. Du musst auch noch sterben, habe ich gesagt. Komm schon, stirb. Ist das noch irgendwo einer? Weiß ich nicht. Danke, dass du da bist. Ich muss mich mit dem besiegen. Okay. Das Licht. Das Licht. Weiter angreifen. Noch weiter, 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 Malzbier angreifen. Oh, ich bin mal vor. Lade Hilfe. Die Hauptsache ist, dass wir jetzt Goofy gerettet haben. Und Goofy ist und bleibt bei uns. Muss ich wahrscheinlich zum Mund hingehen. Und ihn angreifen. Ja. Okay, in dein Gesicht. Das ist ja sogar in dein Gesicht. Okay, okay, warte mal. Das war jetzt ein bisschen zu riskant hier. Mal kurz heilen. Oh Gott, was macht der denn da immer? Das ist krass. Okay. Wir können uns wenigstens ganz schnell bewegen. Das ist schon mal super. Und schnell hin da. Das können wir gar nicht. Egal. Angreifen. Und angreifen. Und raus. Oh Gott, raus. Raus, raus, raus. Nein, fliegen, fliegen, fliegen. Fliegen. Oh, wieso hast du denn gar nicht geflogen? Das hat mich gerade voll erschrocken. Oh, was machst du denn da? Kann man natürlich auch machen, aber ich finde das nicht so nett von dir, ehrlich gesagt. Könnte man nicht so oft machen. Okay, warte. Warte. So. Dann müssen wir... Oh, nee, lieber nicht zu dir hingehen. Oh. Warte gleich. Gleich jetzt. Oh, komm. Einmal kurz jetzt einfach angreifen, dann haben wir dich. Ich möchte dich jetzt besiegen. Warte. Danke. Okay, wir haben ihn. Wir haben den Kopf. Wie haben wir ihn? Nicht... Ah, okay. Wer ist der Nächste? Da kommen jetzt wahrscheinlich Donald raus. Das heißt, alles verstanden. Es tut mir so leid, dass ich eben so dumm war dafür. Es tut mir so leid. Oh, ich möchte in das Schatten... Ding. Schatten. Ah. Hilfe. Hilfe. Hm. Okay, und da ist mein kleiner Freund Donald, der mich hören kann. Und der ist wunderbar. Er hört auf mich anzugreifen. Ach, sind diese Mistviecherkäfer. Ah, ich hasse die so. Ja, Sora. Kombo-Dings plus erlernt. Aber ich kann das nicht ausdingsen. Okay, warte. Übers sterben. Glaube ich. Vielleicht. Für nicht, glaube ich, Stufe... 65 bin ich. Komm schon hier. Oh, komm schon. Stirb doch einfach. Bitte. Geh mal verrecken. Und das Licht. Angreifen. Ich möchte raus. Öffne dich. Licht. Licht, Herz und so. Ich weiß nicht, was ich sage. Wirklich. Das ist ein super toller Part. Aber ich weiß nicht, was ich reden soll. Das ist echt super. Okay. Wir kriegen das aber hin. Auf jeden Fall ein epischer Fight, muss ich hier wirklich mal gestehen. Das ist echt gut. Gut. Okay, dann schatten wir jetzt erstmal das aus. Habe ich das ganz starke Gef... Fuck. Fuck-Gefühl, genau. Und dann erstmal die hier vielleicht töten. Genau, das klingt gut. Dann rechnen wir es nicht mehr an. Okay, super. Töten wir die hier auch noch? Das ist super. Dann töte ich das hier. Und, oh, das ist so schwabbelig eklig. Iii, schwabbel, schwabbel. Iii, schwabbel, schwabbel. Einfach draufgehen. Oh, jetzt greifen ich diese Dinger an. Ja, passiert. Was soll ich tun? Ich hab mich getroffen. Okay. So, okay. Oh, da kommt einer. Nein! Schaden. Knapp. Uh, fast. Pfff. Okay, da ist er wieder. Eigentlich bräuchte ich gerade Ero. Ich bräuchte gerade sowas von Ero. Hab ich aber nicht. Fuck. Okay. Wir müssen irgendwie aufpassen und irgendwie an ihn rankommen. Warte. Nein, warte. Warte, wenn du irgendwas machst, ich möchte dich angreifen. Bin ich allein? Das ist schmutzig. Ero? Danke. Und die weiter angreifen. Zack, zack, zack. Pass auf. Oh, das ist nicht schlecht. Äh, gut. Heilig. Was macht er denn da? Was macht er da? Was macht er da? Was war das? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, wo ich war, wo ich hin sollte. Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nichts. Lass mich in Ruhe. Du bist Darkness. Oh Gott, ich habe so Angst gerade. Und hinten kann ich... Okay. Oh Gott, der macht jetzt was Böses. Pass auf. Welcome to Darkness. Dankeschön. Hallo. Herzlich Willkommen. Oh. Gott. Macht Böse Scheiße. Ich merke schon. Okay, ja. Greift die doch an. Was ist denn mit euch? Die greifen die nicht an. Ach, die greifen ihn an. Okay. Ja, genau. Ich weiche aus, ihr greifen ihn an und macht hoffentlich auch Schaden. Ich weiß es nicht. Macht er ja diese Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich ausweichen soll. Ah. Ah. Wie weicht man denn da aus? Nein, ich möchte nicht. 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 Ich weiß nicht, wie ich da ausweiche. Ich weiß es einfach nicht. Wie weiche ich denn da aus? Ah, okay. Gut. Gut. Ich brauche aber ehrlich gesagt gerade... Oh, ich bin so überfordert. Achso, ihr seid beide tot. Okay. Da habe ich gerade Angst anzugreifen. Was macht er denn für diese Dinger? Zack, zack, zack. Fehlt euch Schaden. Oder was auch immer das heißt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das heißt. Ich brauche Mana. Goofy, äh, Donald, gib mir Mana. Ja, danke. Ja, danke. 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 Oh, fuck. Nein. Pisst euch doch bitte. Macht das schon wieder, ne? Okay, geht weg. Ich möchte jetzt ganz zur Seite in mir gehen. Ich weiß nicht, wie ich ausweichen soll. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Nein. Oh Gott. Ich kann mich auch noch nicht heilen. Okay. Man verletzt sich damit eigentlich selbst. Das heißt, ich muss eigentlich einfach nur ausweichen. Man verletzt sich damit selbst. Das ist eigentlich doch ganz gut. Er ist gleich tot. Er ist gleich tot. Er ist wirklich gleich tot. Soll ich mich trauen und hingehen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hin. Oh Gott. Glück gehabt. Tufi hat zweimal damit abbekommen. Ist doch schön für ihn. Freut mich. Oh, ich darf mal da an. Dann nicht. War es das jetzt vielleicht? Das wäre super. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Es ist furchtbar. Die Keyblade alleine kann nicht die Tür zu schmutzigen. Kingdom Hearts! Fülle mich mit dem Power of Darkness! Supreme Darkness! Du bist falsch! Ich weiß jetzt, ohne eine Frage, Kingdom Hearts ist Licht! Es ist so... Licht! Aber warum? Komm schon! Wir müssen Sie nicht wegschauen! Bist du dich, und du dich zu spüren! Bist du dich, und du dich! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Komm schon, Sora! Wir können zusammen das tun! Okay! Es ist Ihr Platz! Es ist Ihr Platz! Jetzt, Zora, lasst uns diese Tür für gut. Wo ist Ihr Platz? Aber... Es geht nicht. Es wird immer eine Tür für die Licht. Zora, du kannst du den King Mickey vertraust. Jetzt! Sie kommen! Donald? Rufy? Danke dir. Seid ihr sie. Diese Took-Zammer natürlich! Ja, hier du waren这样! Zwar sehr wichtig. Also, chose in dem Moment. Ja bin포, was Sie stgraduate Em 근� cozy. was Sie hier mit den speziellen Erollen? ulap client hanno doch vermelderes an? Für mich war euer Beatschler, war ich da genau verziehungsvoll. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Is a little later on Regardless of warnings The future doesn't scare me at all Nothing's like before The future doesn't scare me at all 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020